In meiner heutigen Präsentation werde ich mich mit dem Thema Freundschaft beschäftigen. Ich werde dabei auf folgende Punkte eingehen. Als erstes werde ich kurz auf die Situation in meinem Heimatland sprechen. Dann werde ich Ihnen meine persönlichen Erfahrungen vorstellen. Und abschließend möchte ich Ihnen einige Sprichwörter über die Freundschaft zitieren. Jetzt geht es um die Situation in meinem Heimatland. Armenier sind sehr berühmt für ihre Gastfreundschaft und Herzlichkeit. Deswegen ist die Kommunikation mit ihnen immer lustig und einfach. Enge Freunde gelten als Familienmitglieder. In Armenien wird viel Kaffee getrunken. Eine Pause vor dem Kaffee ist ein Weg, um sich von Geschäften abzulenken und zu entspannen. Jetzt möchte ich über meine persönlichen Erfahrungen erzählen. Ich durfte immer am Nachmittag im Hof mit anderen Kindern spielen. Wir haben manchmal bis zum Abend Zeit gesprungen und saßen im Garten. Wir durften nach Herzenlust Fußball spielen und schreien. Obwohl in den 90er Jahren schwere Zeiten waren und wir manchmal wochenlang keinen Strom hatten, erinnere ich mich an diese Zeiten mit großer Begeisterung, weil das meine Kindheit war. Und eine Freundschaft entsteht nicht nur von heute auf morgen, sondern eine Verbundenheit entwickelt sich und wächst mit der Zeit und mit den gemeinsamen Erlebnissen. Jetzt, bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch einige Zitate über die Freundschaft erwähnen. Ein bisschen Freundschaft ist mir mehr wert als die Bewunderung der ganzen Welt. Otto von Bismarck Nächster Zitat Der beste Weg, einen guten Freund zu haben, ist selbst einer zu sein. Emerson Blumen können nicht blühen ohne die Wärme der Sonne. Menschen können nicht Mensch werden ohne die Wärme der Freundschaft. Also das war meine Präsentation. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.